Darab Ich sehe halt nix Hier ist irgendwo ein Gegner Ich weiß nur noch nicht wo Schätzungsweise in diese Richtung irgendwo Hier geht es auf jeden Fall nach unten Und ich muss ihn auf jeden Fall schon mal gesehen haben Ah da Da ist er Okay ich nehme mal die Taschenlampe Und leuchte mir mal den Weg heim Oder auch nicht Ja geil Kann ich da einfach so runterfallen Das sieht so tief aus Ah shit Ich weiß es nicht Okay Okay ich durfte runterfallen Puh Hat geklappt Hätte ich nicht mit gerechnet So hier ist auch nix weiter Ich kann sein dass ich jetzt Kisten oder irgendwelches Gelöt verpasse Dann ist das so Also da kann ich jetzt nix machen dagegen So ich nehme wieder das Ding hier Ich glaube bei euch sieht man jetzt wahrscheinlich so gut wie gar nix Aber ganz ehrlich ich sehe auch nicht viel mehr Da ist wieder einer Das ist schon cool gemacht mit diesen Wärmebilddingern hier Plupp Das haben sie wirklich cool gemacht Ich hoffe jetzt nur Hä Dass hier nirgendwo ein Abgrund oder sowas ist Das wäre nämlich ultra fies Komm ich hier hoch Ah guck mal hier geht's hoch So kugelsichere Weste brauchen wir nicht So hier geht's weiter Da so Ne Scheint um die Ecke Huh Hä Ach so Balken Balken die die Welt bedeuten Doch hier hoch War ich doch richtig Äh Oh Schnell weg Ich habe nämlich da hinten ein Laufen sehen Ich weiß nicht mehr wo er hin ist Aber ich habe ihn Laufen sehen Da ist er wieder Zwei sogar Oder Zwei Kannst du mir mal verraten wie du mich gesehen hast bitte Kannst du das bitte mal Sehr verbunden damit So hier ist irgendwo eine Kiste Da Munition für Nachtsichtgewehr Wunderbar Die kann ich gebrauchen So Da ist wieder Kollege Nummer 3 Tschüss Er ist irgendwo runter gefallen Das habe ich genau gesehen Ich glaube hier ist wieder ein Abgrund vor mir Oh ja Oh ja Da geht es tief runter Mehr oder weniger So Wir müssen echt so einen vollen Kackausgang finden Na die Preisfrage wo Wo ist dieser Ausgang Das hier nicht so dunkel wäre Hier ist ein bisschen heller Ich weiß So ich wechsle nochmal die Waffe Hier ist ein bisschen heller jetzt gerade Hier geht es Hier ist natürlich wieder arsch dunkel Weiß aber auch nicht ob es weiter geht Sieht nicht so aus Hier ist irgendwie Dicht Na gut Puh So dann muss ich jetzt über die Brücke gehen Hier So Über sieben Brücken musst du gehen Ich stehe hier an der Kiste Da steht einer Gute Nacht Auch der ist wieder irgendwo rumgefallen Hier ist eine Brücke Oh Gehst du da rüber Mano Au Au Trotzdem gestorben du Typ Hier ist noch einer Drei Gegner Sehr gut Das Mach doch so eine Scheiße nicht Arschloch Da duckt er sich weg Penner In dem Moment wo ich schießen will Duckt er sich einfach weg der Arsch Ist ja aber eine Frechheit So Okay Was ist das hier? Atomo Oh ich glaube ich habe das Ende des Levels gefunden Lian Lift zum Silo gefunden Haben wir irgendwelche Sowjetpläne online? Ich will wissen wie es da dran weiter geht R9 Silos bestehen aus drei Ebenen Auf Ebene 1 in der Nähe des Lifts Sollte ein Abschussrechner sein Roger Ich fahre jetzt runter Runter? Er fährt weiter runter? Okay Auf zum letzten Level Was willst du denn noch weiter unten? Naja gut Von mir aus Du hattest recht Der Countdown für den Abschuss Der Der Vyatka Läuft bereits Und wir haben keine Möglichkeit Ihn zu stoppen Du musst die Selbstzerstörungscodes Der Rakete Irgendwo am Rumpf suchen Und sie in den Hauptabschusscomputer eingeben Wir können sie dann In der oberen Atmosphäre Detonieren lassen Was? Im Hauptrechnerkommandoraum Im Hauptrechnerkommandoraum Findest du auch die genetischen Ne doch Genetischen Codes Für den Seifenfiltervirus Okay Ich glaube nicht Dass das ein verlassener Silo ist Hier ist eine abschussbereite R9-Deviatka Fagin hatte wirklich Was Großes vor Siehst du den Abschusscomputer? Er zeigt den laufenden Countdown an Und ich komme mit meinem Zugriffscode nicht rein Verdammt Du musst die Selbstzerstörungscodes Finden und sie zünden Wenn sie die Atmosphäre erreicht Wo finde ich die Codes? Da ist eine Tafel an der Rakete Am unteren Ende Geh runter auf Ebene 3 Bevor sie abgeschossen wird Danach musst du auf Ebene 2 gehen Und die Sprengung auslösen Ja Bitte noch nach Möglichkeit Noch nach Zeit Ja Also nach Zeit bitte Dann ist hier So okay Rakete ist bereit Hä? Warte doch mal Stopp Nicht schießen Hör doch mal auf Wo bist du denn? Hä? Also sie sind nicht oben Sie sind unten scheinbar So Ich muss erst mal gucken Wo ihr seid ihr, Heinis Wo seid ihr denn? Huh 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 Ja Da unten werden sie wahrscheinlich sein Aber ich sehe sie leider nicht Hä? 10 9 Wer? 8 Ich kann kein russisch Was? Ähm Ja toll Was kann ich denn dafür? Kann das sein, dass das wieder so eine scheiß Schleichmission ist? Ich hab so die dumpfe Vermutung Kannst du knicken? Geh jetzt runter Mir scheißegal Äh Ist der oben? Ne Jetzt ist er oben Ey Was passiert denn jetzt? Halt ihr Öre? Nein Fuck Jetzt hab ich den aus Versehen nochmal ausgelöst Ah So Gleich nochmal runter bitte Scheiße Nein Was? Hör doch auf damit Wie Ja geil Wie soll ich denn das Soll ich die mit dem Sniper wegmachen oder Leon Ich glaub nicht, dass das ein Verla... Gut Hä? Aktuelle Position Raketenzerstörungscode abrufen Auf Raketenkommandocomputer zugreifen Ja okay Aber hier steht nix von Machen sie das bitte leise Ich glaub das geht auch gar nicht Das kannst du knicken Das geht nie Nimmer leise Keine Ahnung Ob ich den getroffen hab Oder nicht Ne Hab ich nicht Okay Ja super Äh Ähm Okay Aber wie soll ich denn das bitte Ich versteh's noch nicht Ach lepp mich doch Das ist doch jetzt kacke Ich kann Ich kann den Typ doch da hinten nicht Ich kann ihn doch nicht lautlos töten Das krieg ich doch gar nicht hin Der sieht mich doch jedes Mal Guck doch genau in meine Richtung Der guckt genau in meine Richtung Der guckt genau in meine Richtung Ich hab jetzt alles verballert beinahe Aus der Knarre Hä? Wie doof Und den seh ich wieder nicht Beziehungsweise ich seh ihn schon Aber ich kann ihn nicht treffen Das ist doch eine kacke Was ist denn das? Oh Was ist denn das? 결 kimchi Wo ist denn? Ey Irgendwas mache ich verkehrt. Ich habe nur keine Ahnung was. Ich glaube nicht, dass das einfach gut ist. Wie gesagt, ich kann... Ich gehe davon aus, dass ich nicht mit... Mit... Sniper und so weiter hier hantieren muss. Ja, guck mal, die sehen mich doch sofort. Warum aber sie sind. Wo ist denn der? Da unten. Da ist er. Ja, geil. Das ist eine komische Mission. Hörst du mal auf mich zu schießen? Hä? Kapier ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass das gut. Ich kapiere es wirklich nicht. Was mache ich denn bitte verkehrt? Also, bis auf die Tatsache, dass die mich jedes Mal abballern. Wieso treffe ich den denn nicht? Oh Mann, ey. Leon, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja, ich weiß. Jetzt werde ich langsam aggressiv, ja. Beziehungsweise genervt. Und das ist nicht gut, wenn ich genervt bin. Das ist absolut nicht gut. Das ist nicht für mich gut, für niemanden gut. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt hier schon so schnell den Auslöser immer betätigen. Ich kapier es nicht. Hä? Hä? Wie ist das denn? So. Den haben wir. Wo ist das denn? Doch. 5. 4. 4. 5. Mein Gott. Ich habe nicht vorab bis der Rakete gefunden. Ich habe nichts mehr auf. Wie soll ich denn auch so schnell damit runterkommen? Scheiße. Ist das jetzt nur eine Schleichmission oder nicht? Weil wenn ich schleiche, bringt es ja auch nichts. Ich glaube nicht, dass das ein verlassener Silo ist. Roger. Ich brauche ja nicht zu schleichen. Es juckt ja niemanden. Ob ich irgendeine Knarre, die lautlos ist irgendwie? Ne, die da vielleicht. Das ist echt eine bescheuerte Mission. Oh, wirklich. Und wo denn? Kommt doch gar nicht so schnell da runter. Wie soll ich so schnell da runter? Ich habe keine Ahnung, was ich verkehrt mache. Roger. Die wissen irgendwie schon, dass ich da bin. Hm. Wir müssen auf Ebene 3 runter. Das heißt, wir müssen ganz runter. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, geil. Ich habe drei Minuten Zeit für diese Mission. Drei Minuten. Ernsthaft? Wow. Das ist nicht sehr viel. Wenn wir mal ehrlich sind. Ich habe keine Ahnung. Ey. Scheiß Dreck. Ja. Ich glaube nicht, dass das ein verlassener Silo ist. Gut. Ja. Interessant. Nicht auf mich schießen. Das tut weh. Ah. Oh. Scheiße. Bin ich nur nicht fallen. Ah. Nicht, dass das ein verlassener Silo ist. Roger. Wow. Ey. Damals hat man es wirklich nicht so mit den Schwierigkeitsgraden gehabt. Kann das sein? Das ist schon sehr unausgeglichen, wie ich finde. Weil ich halt auch gar nicht so schnell da arbeiten kann. Halt. Gehst du da rüber? Der drückt ja den Schalter, Junge. Ich kann auch gar nicht so schnell da runter. Mein klar sieht man, wie schnell ich runter kann. Aber. Ich habe keine Ahnung, was ich da verkehrt mache. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Wahrscheinlich hier oben. Oder? Ach, halt die Klappe. Ich habe sie.